Hallo, hier ist Naruto 986, herzlich willkommen zu Batman Arkham Knight zu Part 154 und ja, jetzt geht's da weiter. Dann steig ich hier schon mal aus und hier oben rein. Na also. So, damit haben wir auch die nächste Trophäe. Bingo! Alter, du bist echt ein Penner, du versteckst die anderen richtig gut, Alter. Das ist echt genial gemacht, finde ich. Und was denn das ist, wer für ein Mist hier? Tonzone. ER. Aha, cool. Cool, hier kann ich dann hier drauf so zurück, dass ich die hier so hab, cool. Dann fehlen hier noch drei, vier, fünf, sechs. Sechs Stück fehlen hier noch. Ja, das kriegen wir doch hin. Er scheint hier ist. Hast du mit mir schritten gesehen? Und das wäre mir auch gern mal verraten. Darfst du aber nicht. Jetzt klappe. Warte mal, was, das ist hier schon wieder? Ist das... Drohnenzone, okay. Dann machen wir das gleich mal in die Drohnenzone mit. Sollen wir mal ein bisschen Abwechslung mit dem ganzen Scheiß da reinbekommen. Als wenn wir hier dann... Erstmal, bevor wir hier den ganzen Scheiß hier... Alter, ich weiß nicht, warum sich das Bett irgendwie gerade nicht so scheiß drehen, das gerade eben. Ah, klar. Oh, klar. Huh. so so die Drohnenzone haben wir jetzt auch so Freundchen so 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 Ich kann es auch um oder was? Hier entlang? Simulation fehlgeschlagen. Erfrau vorliegert das Martin Blitzenweite es ist kurz ein bisschen blödsinnig da was man sitzt man das normal machen weiter mit der Kino Morgens ab hier SSA Okay. Ja, da hinten gibt es noch einen, das hole ich zum Schluss. Weil das einer der schwierigsten Dinger ist, zu holen. Aha! So. Dann hol ich mir erst mal schnell. Erstmal die hier weg, wo ich hier ist und alle in der Nähe liegen. Irgendwann ist es in der Nähe liegen. Ich hol mir jetzt mal die hier weg. Hm. Hm. Ja, ja, schon fällig. Ja, du bist nur, ist nur einer hier und das bist du. Ja. Du bist hier nur einer und das bist du, glaub mir das. Boah, mitten in dem Ding du ich jetzt. Äh. Warte, jetzt muss ich mal gucken. Ja. Ja. Hier rüber muss ich jetzt. Flattern. Das ist immer das gleiche, oder? Ja. Da muss ich ja mal sagen, weil mich so oder so keiner töten kann meine Güte. Ja, wir machen alle zwei Ausstreitungen mit, aber nicht mehr. Ich muss morgen auf die Kinder aufpassen. ob sie was bringt auf die Kinder aufzupassen ist eine andere Frage na also wir haben die Pomi da auch gleich erreicht super ja ja schön für dich so noch ein ganzes Stück noch nachher hier hinten noch was da wollen wir hier raussteigen so so noch eine Maus ja 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 schön für dich so hier rüber dann darüber und jetzt so so das frei bei euch nicht geht doch gar nicht so weit freien ich weiß ich ein Typen wie ich bei euch freine Ich kann nicht fassen, dass ich dir seit dieser Stadt einen Erzähl-Wärm von Grocerin verhübeln ablassen. Den packe ich doch locker. Du musst aber auch nur tun, dass du mich packst. Das ist die Scheiße-Friedermaus. Was scheiße, was gibt es? Ich scheiße, dass ich das für den Maus. Hä, kann ich da irgendwie anders ankommen. Ich habe nichts besser zu tun, als er seine Eltern zu verflussern. Ich bin echt etwas enttäuscht. Kommen Sie vielleicht auch irgendwie anders da hier rein? Warte mal, ich geh mal ganz nach oben. Vielleicht komme ich da auch irgendwie ganz anders da rein. Vielleicht komme ich da auch... Mal gucken, ob ich da auch vielleicht irgendwie anders reinkomme, wenn das scheiß Ding. So. Ja. Batman! Jetzt geh halt nach oben, meine Güte. Ja, 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 schon will ich. Boah, jetzt geht mir nicht auf den Piss, Alter. Mein Gott. Achso, das Rätsel ist hier. Äh, ja. Probieren wir kurz den hier raus. Und ab jetzt. Kann man ja auch das Ding hier draufziehen, vielleicht? Oh, das verstehe ich jetzt irgendwie, das muss ich jetzt irgendwie grad nicht verstehen. Ah, okay, ich glaube, ich muss die so oft beziehen, dass ich an die Trophäe dran komme. Ach, alles klar. Das ging jetzt da halt um so viel auf das Ding, um die ich so... Kann man nicht auf einen Fuss lassen. Mama und mit Mama und mit, keine Angst. Ohne mir seine Trophäen und bringe ihn hinter Gitten. Ha, geil, das war mal ganz einfaches Rätsel. Ich müsste sehr paar Mal zerschrotten die Typen und dann, ja... So, damit haben wir jetzt das Rätsel. Von dem. So. Na gut, dann beenden wir jetzt hier den Part und sehen uns im nächsten Part wieder. Und auf Wiedersehen, bis gleich. So, ich glaube...